Herzlich willkommen beim Stempelpalast. Gerade kommt mein neues Paket mit Stamping Up Artikeln und ich möchte euch natürlich wieder neue Dinge aus unserem Katalog vorstellen. So fange ich heute an mit der Stanzbox Exquisite Etiketten. Kommt schon in einem Umkarton, weil, wie ihr seht, es kommt in einer Metalldose. Jetzt habe ich es verkeilt. Ich bin ja auch eine Tolle. So, eine sehr schöne Metallbox, in der ich zukünftig meine Perlchen und Strasssteinchen und so aufbewahren möchte. Und in dieser Box gibt es erstmal zwei Mini-Stempelkissen in Grapefruit und in Marineblau. Dann gibt es ein Acryl, ich nehme das mal komplett raus hier. So, dann gibt es hier einen Acrylblock drin und Stamping Up. Hier gibt es ein paar Stempel. Ich habe gerade gar kein Papier hier. So geht es, glaube ich, auch. Ja, kann man das sehen. Zum Beispiel alles Liebe, beste Wünsche, Glückwunsch Superstar, mit Liebe für dich. Hallo und hier auf der Seite gibt es Danke. Danke. Genau. Und in diesem Set ist eine Handstanze. So eckig. Passend zu dem Stempel. Das passt nicht so ganz. Das passt auch. Ja. So, das ist das Set Exquisite Etiketten. findet ihr in unserem neuen Katalog. Oh, so. Sag doch was. Also, exquisite Etiketten findet ihr in unserem neuen Katalog. Und ja, ich wünsche euch noch einen tollen Tag.